Unsere DELABO Group haben wir im September 2019 gegründet und sind heute schon unter den Top Ten im Markt interessanterweise. Wir haben führende Labore für uns gewinnen können, die heute sehr erfolgreich wachsen am Markt, die handwerklich und technologisch führend sind und mit denen bieten wir heute schon das gesamte Leistungs- und Produktportfolio im deutschen Markt für Zahnersatz. Wir verzichten ganz bewusst auf Billiglohnfertigung für Zahnersatz im Ausland und setzen ganz klar auf Qualität made in Germany. Jeder, der heute ein Dentallabor in Deutschland führt, weiß um die aktuellen Tendenzen im Markt. Auf der einen Seite Druck auf den Preis, einerseits durch die Erstattungspolitik der Kassen, andererseits durch die Digitalisierung der Produktion und die Überkapazitäten, die daraus entstehen. Und zum Dritten der Druck auf den Preis des Zahnersatzes, unter anderem durch das, was aus dem Ausland kommt. Auf der anderen Seite zunehmend administrative, regulatorische Tätigkeiten, die die Inhaber ganz oft selbst machen müssen, weil sie kein Geld für eine zusätzliche Kraft haben. Ständige Investitionen in Technologie, die sich aber eigentlich erst auf einer gewissen Größenordnung lohnt. Hinzu kommt, dass Zahntechniker fehlen, qualifizierte Mitarbeiter im Betrieb, und das alles vor dem Hintergrund einer ungeklärten Nachfolgeregelung. Also nicht ganz einfach die Situation. Wir bieten diesen Unternehmerinnen und Unternehmern an, ihr Labor, für das sie ja sehr viele Jahre hart gearbeitet haben, zu einem fairen Preis an uns zu übergeben. Und trotzdem, und darauf legen wir großen Wert, eine sehr aktive unternehmerische und eigenverantwortliche Rolle weiter in unserer Gruppe zu spielen und mit uns gemeinsam die Gruppe nach vorne zu entwickeln. Mit diesem Konzept bieten wir Zukunftssicherheit für die Inhaberinnen und Inhaber der Labore und ihre Familien, aber auch für die Mitarbeiter in den Laboren. Und vor allen Dingen bieten wir ein Umfeld, in dem diese Menschen mit uns an ihren Ideen und Visionen weiter arbeiten können und das mit Spaß an der Sache. In unserem Logo kann man das schon erkennen. Wir verstehen uns auch als eine Gruppe von Leading Dental Labs, führenden Dentallaboren, wo erfolgreiche, innovative, gut geführte Labore ganz klar die Kundennähe, die Qualität und den erstlassigen Service im Fokus haben. Und daran lassen wir uns auch gerne messen.